Jetzt geht es weiter mit Haushaltsthemen hier bei Pearl TV. Und wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben schon von Kindesbeinen an, dann ist es eins, Haushalt muss gemacht werden. Denn es ist einfach ein notwendiges Übel. Gut ist dann, da werden Sie mir sicher auch zustimmen, dass es heutzutage Haushaltshilfen gibt, die man jederzeit einsetzen kann. Ich meine jetzt niemanden, den man engagiert und bezahlt, sondern Geräte. Und da werden immer wieder neue Geräte vorgestellt, die das Leben noch leichter machen werden. Und ich bin froh, dass wir Ihnen heute ein Gerät zeigen können, das ganz meinen Wünschen entspricht. Denn es geht um die lästigste Hausarbeit für mich überhaupt. Fenster putzen. Ich liebe es nicht nur nicht, sondern ich hasse Fenster putzen. Aber wir haben hier in dieser Sendung jetzt ein Gerät, ein Fensterputzroboter, der in aller neuesten Generation, der Ihnen das zu 100 Prozent abnimmt. Und da bin nicht nur ich froh, sondern Sabine mit Sicherheit auch. Weil das ist eine eigentlich heutzutage unverzichtbare Haushaltshilfe, oder? Wow, absolut. Ich bin ein echter Fan von unserem Fensterputzroboter. Warum? Weil er Zeit, Geld und Nerven spart und natürlich auch den Rücken schont. Und wenn Sie sich den bestellen, dann werden Sie genau wissen, was ich meine. Denn das, was der Ralf gerade berichtet hat, du magst es nicht nur, du hasst es. Richtig. Es ist ja nicht nur so, dass viele Menschen es nicht nur nicht mögen, sondern es kann auch sehr gefährlich sein. Denn wir haben nicht immer so bequeme Fenster, wie jetzt hier schon im Hintergrund vorbereitet. Viele Fenster sind wirklich sehr hoch, sehr tief, sehr, naja, sind einfach gefährlich, sie zu putzen. Und von innen und von außen wollen wir sie ja sauber haben. Und das ist jetzt die Lösung, denn mit unserem Fensterputzroboter sparen wir eben auch unfassbar viel Zeit. Wir setzen ihn mal an, ich zeige, wie das Ganze funktioniert. Hier ist unser Wischblatt, Sie bekommen drei Stück dazu. Und dann fährt er automatisch an Ihrem Fenster und macht das Fenster picobello sauber. Ich schalte ihn an, er saugt sich mit Unterdruck fest. Und dann machen wir nur noch eins, wir drücken auf den Startknopf und alles geht von selbst. Sie müssen nichts mehr machen, denn der Roboter scannt genau die Fläche, die er sauber machen soll. Er erkennt, wo er noch nicht war, wo er war. Richtig, das erkennt man alles und zwar auf den ersten Blick. Und was hier wunderbar ist, das sehen Sie jetzt hier gleich nochmal in diesem wunderbaren Film. Der wischt jetzt nicht nur drüber, sondern der reinigt richtig tief. Sie sehen hier eine Sprühdosis, die genau die richtige Menge an Wasser mit dem Putzmittel Ihres Vertrauens hier auf der Scheibe verteilt. Und der Roboter wischt dann beziehungsweise reinigt diese Fensterscheibe wirklich grundlegend. Und da sehen Sie auch große Fensterfronten. Aber Sabine, das können ja auch Dachfenster sein. Und ich habe erst, weil du das vorhin angesprochen hast, ich habe erst letzte Woche einen Artikel gelesen. Da ist eine Frau, 44 Jahre, stand in der Zeitung beim Fensterputzen, putzen, abgestürzt aus dem dritten Stock. Hat wirklich schwerste Verletzungen erlitten. Und das wäre natürlich mit einem Fensterputzroboter nicht passiert. Überhaupt nicht passiert, denn er macht ja alles ganz alleine. Er scannt die Fläche, die er sauber zu machen hat und hört erst dann auf, wenn das Fenster sauber ist. Noch ein Vorteil, er geht genau in die Ecken rein. Das, was, wenn wir das selber putzen, so lästig ist und so lange dauert und immer so hartnäckig ist. Und dann fangen wir, wenn wir fertig sind, eigentlich wieder von vorne an. Dann sehen wir schlieren und schmieren und haben eigentlich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Keine Lust mehr. Und die Gefährlichkeit natürlich, weil wir die Fenster ja auch von außen putzen und jedes Fenster liegt bequem und auf Rückenhöhe. Also, dieser Roboter macht für Sie ab jetzt die Arbeit und Sie können ganz bequem die Zeit nutzen. Sie haben ja nicht nur ein Fenster, Sie haben ja mehrere Fenster. Und wenn ich nochmal erinnern darf an das, was sozusagen dann vorbei ist. Dieses ganze Zeug, was man dann benutzen muss, schleppen muss, über Treppen, von Raum zu Raum, von Fenster zu Fenster, das nervt. Das kostet nicht nur Kraft, es nervt. Und dann wissen Sie ganz genau, weil ich habe die Erfahrung ja nun auch hundertmal gemacht in der Vergangenheit, dann fangen Sie am Ende wieder von vorne an, weil gerade sind Sie fertig, dann kommen die Kinder, die Enkelkinder oder der Hund und patsch ist da schon wieder was drauf. Also, dann setzen Sie einfach nochmal ein paar Minuten den Roboter an und das Fenster ist sauber. Und warum das so toll ist, weil Sie auch mit der App und mit der Fernbedienung steuern können, wann der Roboter fertig sein kann und sein soll. Also nochmal, ich kann mit dem Smartphone meinen Fensterputzroboter delegieren. Ja, denn angenommen, er soll jetzt das ganze Fenster sauber machen, er macht das ganze Programm. Bis zu 50 Quadratmeter kann er übrigens säubern. Ganz toll, für ganz große Fenster natürlich optimal, wie für so Balkontüren, Terrassentüren. Aber wenn wir eben nur noch ein Kurzprogramm starten wollen, weil nur ein kleiner Fleck am Fenster ist, dann drücken Sie einfach auf Ihre App und starten das Kurzprogramm und dann weiß genau der Roboter, er hat jetzt nur noch eine kleine, eine kurze Fläche zu bearbeiten und dann sehen Sie hier genau, was Sie zu tun haben. Sie kriegen übrigens auch die Fernbedienung dazu, auch da können Sie steuern und sagen, er soll jetzt nicht das ganze Fenster machen, sondern nur einen kleinen Teil. Sie bestimmen den Roboter. Einfacher geht es doch gar nicht mehr und gerade wenn man wirklich große Fensterflächen hat oder auch einen Wintergarten, an dem man ja außen fast gar nicht drankommt, weil irgendwas im Weg ist, da ist das perfekt. Das Dachfenster hatte ich schon erwähnt. Du hattest vorhin auch gesagt, tiefe Fenster. Oh, das ist auch interessant. Er meldet uns jetzt was. Was meldet er uns? Er ist fertig. Das ist ja perfekt. Das ganze Fenster in, das waren jetzt zwei, drei Minuten, wirklich reingeputzt und da kann man auch wirklich von der Seite schauen. Das ist jetzt absolut perfekt. Jetzt würde ich sagen, dann machen wir doch auch. Wir gehen jetzt auf die andere Seite, ganz genau. Und jetzt zeige ich Ihnen noch was, während wir die andere Seite säubern und ich natürlich das Gleiche wieder mache. Ich starte auf den, mache den Schalthebel auf an. Er saugt sich fest und dann drücke ich auf den Startknopf. Und jetzt zeige ich Ihnen, was passiert, wenn zum Beispiel bei Ihnen mal der Strom ausfällt. Dann ist ja genau das, was wir hier mit dem Kabel dokumentieren, zum Beispiel entweder weil das Kind, das Enkelkind drüber gestolpert ist oder irgendjemand dagegen gekommen ist oder auch der Hund oder, 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 oder der Strom ausgefallen ist. Dann ziehe ich jetzt das Kabel ab und schauen Sie, was passiert. Es passiert eben nichts. Der Roboter fällt nicht herunter und das für 20 Minuten. Das heißt, er ist auch absolut sicher, wenn der Strom denn mal ausfällt. Dazu gibt er noch das Signal. Das heißt, Sie können ganz sicher sein, aha, hier war ein Stromausfall. Mein Roboter hat gestoppt. 20 Minuten ist eine super Zeit. Also nicht nur Sie selber können nicht mehr abstürzen, sondern auch der Roboter kann nicht abstürzen. Sobald der Strom wieder da ist, nimmt er natürlich wieder seine Arbeit auf. Das ist einfach innovativ und sehr, sehr intelligent. Nochmal, es ist der Fensterputzroboter der allerneuesten Reakt-Generation. Und das auch noch mit der Sprühfunktion, die wir vorhin gesehen haben, die man jederzeit zuschalten kann, wenn das Fenster also trocken ist. Jetzt nur noch eine Frage, Sabine. Kann ich das ausschließlich nur bei Fenstern benutzen? Gute Frage. Nein, nicht nur ausschließlich bei Fenstern, sondern natürlich auch auf Fliesen, Kacheln, alle geraden Ebenen macht er sauber. Und da sehen wir gerade im Einspieler auch die Sprühfunktion. Die kommt sozusagen nicht nur auf Knopfdruck, sondern so dezent und so optimal dosiert, dass Sie eben keine lästigen Wasserflecken mehr am Fenster haben. Das ist eine ganz hochwertige Reinigungsfunktion und mit diesem kleinen Sprühaufsatz. Oh, da sehen wir Spiegel. Da geht das also auf. Ein Spiegel im Badezimmer, kein Problem. Alle glatten Flächen reinigt er problemlos schlierenfrei. Und ich muss jetzt meine Abneigung gegen Fensterputzen auch noch ein bisschen vertiefen. Das ist ein Kindheitstrauma von mir. Weil immer, wenn meine Oma zu Besuch war bei uns, mussten wir mit ihr Fenster putzen. Ich glaube, das war ein Hobby von mir. Und das war ein Riesenprogramm. Also erst mal mit einem Lappen putzen, dann Zeitungspapier, das war ein Geheimmittel. Und danach wurde dann mit der Lippe nochmal abgezogen. Und dann kam das wichtigste Fensterleder. Die ließ uns wirklich, gefühlt als Kind, stundenlang mit dem Fensterleder nochmal nachpolieren. Also Ralf, hättest du diesen Roboter mit deiner Oma mitgebracht, wärst du der Held gewesen. Da wäre ich absolut der Held gewesen, obwohl dann wäre ihr wieder langweilig gewesen. Weil sie ist hier aufgegangen, Darin. Aber sie zu Hause, sie können der Held werden. Und sie brauchen nicht mehr diese ganzen Utensilien oder ihre Geheimrezepte einsetzen, damit das Fenster endlich mal so sauber ist, wie man möchte. Sondern sie setzen einfach den Staubsaugerroboter, sage ich schon, Fensterputzroboter auf. Na gut, den Staub nimmt er aber auch mit weg. Aber hier sehen wir auch was. Fliesen haben wir gerade gesehen. Also Badküche kann ich damit auch reinigen. Absolut. Überfugen. Er macht wirklich alles intelligent. Er weiß genau, welche Fläche er schon bearbeitet hat, welche noch nicht. Geht wirklich in die Ecken rein. Sie sehen ihn hier arbeiten. Wir sind ganz bequem. Wir erzählen mit Ihnen. Und der Roboter arbeitet hier für uns und macht das Fenster sauber. Das ist wirklich innovativste Technik. Effektiv spart Zeit, Geld, Nerven und vor allem ihren Rücken. Und nochmal, was du gerade gesagt hast. Es ist wirklich teilweise echt gefährlich. Und das hat mit Alter, mit hohem Alter gar nichts zu tun. Genau das, was wir hier gerade sehen, diese kleinen Tritts, auf die man ja gehen muss, um überhaupt an das Fenster ranzukommen, die sind nicht ungefährlich. Und ich habe das schon oft erlebt im Frühjahr, dass ich irgendwo auf so einem Tritt gestanden habe, wollte ein Fenster sauber machen. Und dann wurde mir gesagt, was machst du da? Lass das einen Fensterputzer machen. Oh Gott, Hilfe, was ist das denn? Also mit 20 habe ich noch drüber gelacht, aber mittlerweile in meinem Alter denke ich auch, okay, lass mich aber ganz schnell wieder auf den Boden. Wenn man nur mal eine Birne wechseln muss oder ähnliches. Hier sehen wir das Einfüllen noch der Flüssigkeit, der Reinigungsflüssigkeit. Wird übrigens mitgeliefert, aber Sie dürfen gern auch das Fensterreinigungsmittel Ihres Vertrauens reinmachen. Das ist ganz, ganz egal. Und ich muss noch etwas sagen zu meiner Oma. Ja, weil wenn man so später in Älteren, wenn man älter ist, lacht man natürlich drüber, klar. Aber wenn man dann mal zurückschaut, sie war ja nicht nur Oma, sie war auch Schwiegermutter, nämlich die Schwiegermutter meiner Mutter. Und wenn sie immer zu Besuch kam zu uns, dann kamen so Sätze, auch die Fenster könnte man ja auch mal wieder putzen. Kennen Sie das oder kennst du das auch? Das kenne ich auch, ja. Das sind so kleine Andeutungen, so kleine subtile Bemerkungen, wo wir denken so, ach, ich dachte, sie sieht es nicht. Doch, sie sieht es und sie hat es gesehen. Und das können Sie natürlich, ja, das ist natürlich ein guter Hinweis. Wenn jetzt sich Besuch ankündigt, der in diese Richtung guckt, schaut und denkt, dann können Sie natürlich noch mal ganz kurz vorher, während Sie vielleicht den Kuchen dekorieren oder den Kaffee schon machen, lassen Sie einfach Ihren Fensterputzroboter arbeiten. Und deswegen sage ich, Sie sparen so unfassbar viel Zeit. Unfassbar. Denn er bearbeitet ja nicht nur ein Fenster, Sie können noch jedes Fenster setzen, innen und außen. Und noch einmal, hier sehen wir das Kabel, wenn der Strom ausfällt, er hält inne, gibt ein Signal, fällt nicht herab. Und dann hören Sie für 20 Minuten im Extremfall dieses Signal und wissen genau, okay, jetzt komme ich zum Roboter und jetzt schalte ich ihn wieder an den Strom. Ja, und das Schöne ist, Sie brauchen kein Zeitfenster mehr aufzumachen. Wir wissen das alle, normalerweise ist Fensterputzen geplant, nächsten Samstag mache ich morgen nichts anderes, ich putze die ganzen Fenster. Das können Sie jetzt komplett vergessen, kein Zeitfenster mehr. Weil egal, was Sie tun, das läuft nebenher. Und wenn Sie jetzt gerade mal die Idee haben oder weil da gerade ein Sonnenstrahl reinfunkelt und Sie sehen, oh, da ist nicht so ganz sauber, dann ist das kein Hindernis mehr, sondern dann sage ich, dann lächle ich. Und Sie werden auch lächeln und sagen, okay, jetzt setze ich halt einfach mal meinen Fensterputzroboter an und Ihre normale Tätigkeit geht weiter. Und das sind eben auch in Höhen und in Tiefen, wo man nicht reinkommt, jetzt haben wir es vorhin von Höhen gehabt, aber ich habe ja auch so große Terrassentüren und Fenster und auf die Knie gehen ist bei mir auch nicht mehr so ganz gut, weil die Knie knacken und die Gelenke wehtun und es zwickt in der Hüfte. Und ich glaube, das kennen Sie mit Sicherheit auch und das kann man auch, können Sie auch ganz einfach vermeiden mit diesem innovativen, modernsten Fensterputzroboter, der derzeit auf dem Markt ist. Und Sie merken schon, der Ralf ist ein Traumalos, seit er diesen Roboter hat. Ich meine, das hat doch was und das können Sie eben auch. Und jetzt hat er ja auch noch sogar einen Preis bekommen, 2019 den Innovation Award. Ich? Nee, der Fensterputzroboter. Du auch? Doch, du auch? Ich habe keinen Preis bekommen. Doch, weil du dein Traumalos bist. Du kriegst von uns den gedanklichen Award, okay? Also ausgezeichnet, ausgezeichnet, was auch zurecht. Ich muss Ihnen kurz eine Homestory von mir erzählen. Also ich habe ja einen Hund, beziehungsweise nicht mal einigen, der gehört im Nachbarn. Und der ist unglaublich lieb. Aber jeden Morgen kommt er an meine Terrassentür. Und wenn ich die nicht sofort aufmache, dann lehnt er so dagegen und dann kommt die Zunge raus. Das kennen Sie. Und Sie können sich vorstellen, wie nach drei, vier Tagen meine riesengroße Terrassentür immer aussieht. Aber das ist kein Problem mehr, weil ich den Fensterputzroboter benutze. Ansetzen, durchwischen lassen. Ich kann nebenher mit dem Hund spielen oder chillen oder Musik hören oder Kaffee trinken. Kuchenbacken hast du vorhin gesagt. Ja, zum Beispiel. Kuchenbacken kann ich nicht, aber Sie können das sicher. Du kannst es retigurieren. Also ich kann Kuchen essen, beim Kuchenbacken auszuschwimmen. Aber ich kann jetzt auch Fensterputzen und das können Sie auch. Sie müssen sich nur folgende Bestellnummer notieren. Das ist die NX6057 und die 569. Und dann ist Fensterputzen auch für Sie überhaupt kein Problem mehr. Genau. Ich setze ihn nochmal an, damit Sie nochmal den Vorgang sehen können. Das heißt, Sie haben hier einen An- und Ausschalter und das Ladekabel, hier das Stromkabel. Sie setzen Ihren Roboter an, das Fenster Ihrer Wahl, schalten ein und mit Unterdruck saugt er sich jetzt fest. Das gibt er auch mit diesem Geräusch, Signal. Und dann kann ich loslassen und drücke auf Start und dann läuft er los und macht uns die Fenster sauber. Ist das nicht herrlich? Das ist also bequemer, besser, zeitsparender Rücken schonender. Geht es doch gar nicht. Also ich denke als Kind, ich muss wieder zurückgehen. Wir haben uns als Kinder auch immer gewünscht, dass es irgendwann mal Roboter gibt. Aber wir haben uns die anders vorgestellt. Das waren eigentlich Roboter, die aussahen wie Menschen, die aber alles alleine gemacht hätten. Aber so ein Roboter hätte niemals so gut arbeiten können, weil der wäre ja auch nicht nach oben gekommen. Aber die Technik hat unsere Fantasie überholt. Das sind die Fensterputzroboter, zugegebenermaßen ohne Arme, ohne Beine, ohne Kopf. Aber wesentlich effektiver als die Roboter, die wir uns, Sie wahrscheinlich auch in unserer Fantasie vorgestellt haben. Und das ist eine Hilfe, die sollte in keinem Haushalt fehlen. Für oberflächlichen Staub, den man hat, aber auch für richtig hartnäckige Flecken. Ganz hartnäckige Flecken. Und das ist zum Beispiel auch hier durch die Sprühfunktion gegeben, denn er sprüht und dosiert genauso, wie die Verschmutzung es erforderlich ist. Und da kriegen Sie natürlich am Ende eine super saubere Fensterscheibe, ein perfektes Ergebnis. Und was ich auch zum Beispiel unfassbar früher unfassbar nervig fand, diese Wassertropfen, dieser Dreck, der darunter lief, wenn man das Fenster selbst geputzt hat. Das passiert Ihnen auch nicht mehr. Sie wissen, was ich meine. Genau hier, diese Fensterbänke und diese Ecken, die sind alle komplett sauber. Da passiert gar nichts mehr. Keine Schlieren mehr, keine Wasserflecken mehr, keine Dreckspuren mehr. Also besser, bequemer geht es nicht. Ja, und nie mehr selber Fenster putzen. Und das kostet jetzt nicht alle Welt, sondern gerade mal 332,45 Euro. Noch mal betont, das ist unser TV-Sonderpreis, der für Sie exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer gilt. Auch die Katalogkunden zahlen wesentlich mehr. Das ist exklusiv für Sie. Und ich muss einfach sagen, gönnen Sie sich das ganz einfach. Und Ihre Lebensqualität und auch Ihre Freizeit werden gesteigert, weil die Zeit, die man zum Bad putzen, zum Küche putzen, zum Spiegel putzen oder zum Fenster putzen benötigt, ist jetzt Ihre neue Freizeit. Und das alles in Ihrem Lieferumfang enthalten. Richtig. Sie bekommen natürlich diesen tollen, hochwertigen Fensterputzroboter, den Sie da immer noch arbeiten sehen oder schon wieder. Natürlich unsere Reinigungslösung, die extra abgestimmt ist, eine absolute Herstellerqualität für Sie. Top-Bewertungen und die drei Mikrofasertücher, die Sie auch ganz einfach wieder in die Waschmaschine stecken können. Die bekommen Sie auch noch dazu. Also und dann kann es losgehen und dann sind Ihre Scheiben und Ihre Fenster und Ihre Kacheln und Fliesen und Spiegel immer sauber. Also putzen Sie sich länger selber, lassen Sie putzen. Und dann müssen Sie keine fremden Leute ins Haus holen oder Firmen beauftragen, sondern er macht das. Sie dürfen ihm sogar einen Namen geben, wenn Sie wollen. Der Kurt, der wird heute mal wieder, oder die Elsbeth, die Elsbeth, fände ich jetzt besser, die Elsbeth wird heute mal wieder Fenster putzen. Und da sehen wir das nochmal, wie unglaublich einfach das alles funktioniert. Und ich liebe ihn, den neuesten, den innovativsten Fensterputzroboter. Und ich bin froh, dass wir Ihnen den heute mal wieder präsentieren dürfen. Und Sie müssen jetzt nur noch ans Telefon gehen und dann haben Sie nie mehr das Problem, ich muss Fenster putzen. Genau. Und so wie der Ralf, der sein Trauma losgeworden ist, kann es Ihnen auch gehen und wird es Ihnen gehen, wenn Sie den Roboter zu Hause haben. Es macht wirklich plötzlich gute Laune und auch die Damen werden merken, Mensch, Ihr Ehemann wird auch eben den Fensterputzroboter ans Fenster sagen, ich mach das schon, ich mach das schon, Schatz, mach du mal den Kuchen. Das wird Ihnen, Sie werden sich an unsere Worte erinnern. Und hier sehen wir nochmal die Hightech-Funktionen dieses Roboters. Ich finde das wirklich ein ganz intelligentes System, denn ganz wichtig auch nochmal, er geht wirklich nicht richtig in die Ecken rein. Da müssen Sie nicht nachputzen über verschiedenartige Flächen wie Glas, Spiegel, Keramik, Fliesen und natürlich auch andere... Duschkabinen. Duschkabinen zum Beispiel, richtig auch, haben wir noch vergessen. Also hochwertiger geht es nicht. Alle Ebenen, Flächen, wir haben gerade noch was gesehen, Glasbausteine. Viele Duschen sind so noch verschalt und da hast du ja große Fugen, weil das ja auch oftmals gemauert ist. Und da geht es auch fließend drüber. Also auch das ist überhaupt kein Problem mehr. Und wir haben gesehen, 2,4 Quadratmeter pro Minute schafft er das also auch wesentlich schneller, als Sie das jemals tun könnten. Und der Preis ist sensationell, 332 Euro und 45 Cent. Hier sehen wir natürlich auch eine tolle Anwendung, die wenigsten von uns am Schaufenster. Aber wenn man einen Gewerbebetrieb hat und das Schaufenster putzen, da lässt man ja oftmals Firmen kommen. Und die haben alle eins gemeinsam, die möchten zu Recht natürlich auch bezahlt werden. Aber wenn ich das mal hochrechne, was ich da im Jahr an Geldern ausgebe, habe ich das natürlich hier ganz, ganz schnell wieder drin. Richtig. So, also die Bestellnummer noch, die NX 6057 und die 569 werden Sie auch Sie, Ihre lästigste Hausarbeit, los. Weil ich habe mittlerweile natürlich mitbekommen, ich bin nicht der Einzige, der Fensterputzen mag. Es gibt Tausende, wahrscheinlich über Hunderttausende, die das genauso wenig mögen. Und wenn Sie dazugehören, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dem Fensterputzen abzuschwören. Man sagt zwar, man muss nur Fenster putzen, wenn man attraktive Nachbarn hat, aber das stimmt leider nicht ganz. Und jetzt gerade bei den Herbststürmen, die uns bevorstehen, da wird es ganz schnell mal schmutzig, der Regen, das sieht man auch am Auto, der bringt noch den nötigen Staub mit. Und von außen sind die Scheiben ganz, ganz schnell schmutzig und innen genauso. Und da können Sie jetzt entgegenwirken mit diesem innovativen Fensterputzroboter. Und Sie gehen jetzt ans Telefon. Fensterputzen nie wieder selber machen. Viel Spaß damit. Genau.